Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFD-Devisenradar Montag, dem 8. Februar. Ich grüße Sie ganz herzlich und hoffe, Sie sind gut aus dem Wochenende gekommen und hier jetzt nach diesem starken Bewegung vom Freitag auch wieder frisch und bereit, hier den Markt unter die Lupe zu nehmen. Wir schauen wieder auf den Forex-Markt und heute speziell auf den Looney, den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, der hier unlängst ja gehörig unter Druck geriet. Wir wollen uns mal neben dem Stundenschart, den wir uns nachher im Detail anschauen werden, hier mal zunächst das Big Picture wieder anschauen, für die, die den Schart aus großer Sicht nicht sehen. Wir haben hier knapp über 1,45 Markantes hoch erreicht. Das war eine theoretische Zielzone, allerdings hätte ich mir auch noch gern Niveaus in Richtung 1,49 vorstellen können. Der Rücklauf, wir sehen es hier die letzten Wochen, doch schon sehr, sehr imposant. Hier eine Bearish Engulfing auf Wochenbasis, eine Bearish Engulfing-Candlestick-Formation auf Wochenbasis und die führte unlängst hier tatsächlich zu sehr, sehr starken Abgaben. Wir sahen dann in der Vorwoche einen direkten Ausverkauf, der sich jedoch am Freitag in gewisser Art und Weise ein Stück weit relativierte. Dennoch wurden hier sicherlich viele, viele Stops abgegriffen. Wir gehen dazu mal hier in den Tagesschart. Auch hier die Bewegung imposant natürlich, was hier letztlich seit Oktober ablief, insbesondere mit dem Ausbruch hier über die Marke von rund 1,3440. 1,35, da startete sozusagen der Luni richtig durch. Hängt auch immer wieder mit dem Ölpreisverfall natürlich zusammen. Also hier immer darauf aufpassen, wenn der Ölpreis schwächelt. Und der kanadische Dollar hier als Rohstoffwährung, genau wie die norwegische Krone auch, hier sehr, sehr sensibel. Und wenn es aber Erholungen eben gibt am Ölmarkt, dann wirkt sich das natürlich auch umgekehrt aus. Zudem in der letzten Woche eben auch hier noch eine US-Dollar-Schwäche an den Tag gelegt wurde. Drum auch hier insbesondere am 3. Februar diese Monster-Abverkauf-Kerze. Sehr, sehr stark, sehr, sehr dynamisch. Und ja, es ging dann tags drauf direkt nochmal auf ein neues Verlaufstief. Sie sehen hier die Unterstützung um 1,3810. Das war für meinen Dafürhalten eine sehr, sehr schöne Buying-Zone. Die wurde, wie gesagt, durchstoßen. Am Tag drauf auch direkt nochmal, müssen wir den Fall mal wenden machen, für klarere Optik. Moment. Am Tag drauf nochmal direkt durchstoßen. Das ist die Situation gewesen, die hier sicherlich zum Verzweifeln brachte, wenn man hier einen Long-Einstieg suchte. Dennoch, hier gab es schon eine Hammer-Kerze im Zuge des Ausverkaufs. Dann am Donnerstag und Freitag hier dann eine sehr, sehr bullische Kerze. Wir haben Freitag auch viele Daten sowohl aus den USA als auch aus Kanada bekommen. Und die kam hier bis zum Handelsschluss sehr, sehr positiv an. Jetzt sehen wir aber heute hier die Sonntagseröffnung. Heute praktisch wieder fortwährende Schwäche. Und jetzt steuert das Währungspaar mehr oder weniger wieder auf 1,38 zu. Grundsätzlich, der Abwärtstrend beim US-Dollar ging mit dem kanadischen Dollar intakt. Wir können das mal hier ein Stück weit symbolisch mit dieser Abwärtstrendlinie jetzt mal untermauern. Sie sehen hier die Berührungspunkte. Drei Auflagepunkte mit dem heutigen Hoch lässt hier sozusagen auf Tagesbasis so ein Abwärtsimpuls möglich werden. Beziehungsweise ein Abwärtstrendlinienimpuls möglich werden im Sinne dieser Linienzeichnung. Dennoch hier am 50er Retracement versuchte sich das Paar wie gesagt zu stabilisieren. Und jetzt wird es spannend, was hier in dieser Zone passiert. Denn grundsätzlich hat der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar einen guten Bias. Seit der starken Rallye hier vom Oktober hat sich das Währungspreis um 50% auch wieder korrektiv erholt. Beziehungsweise hat hier eine korrektive Gegenbewegung eingelegt. Im Sinne dieser Überhitzung kann man ja doch schon sagen. Sie sehen auch hier die RSI-Werte dauerhaft im extrem überkauften Bereich. Das hat sich jetzt hier sehr, sehr schön relativiert. Und jetzt wird es eben spannend, wie der Luni hier weitermachen kann. Grundsätzlich haben wir auf Tagesbasis gesehen eine bullische Phase vor uns, die hier bis Mitte Februar, ja, 21, 22. Februar anhalten könnte. Soll heißen, wenn wir hier über das Hoch vom Freitag rausgehen, hätten wir diese Trendlinie durchbrochen. Dann wäre hier nur noch, in Anführungszeichen, dieses Widerstandslevel knapp unter 1,40, machen wir es mal rot, da. Und dann könnte der Luni theoretisch wieder eine Erholung fahren. Das hängt natürlich ganz groß und stark am US-Dollar. Da muss man auch sehen, wie die die Zeichen letztlich weitergehen. Denn grundsätzlich Euro-US-Dollar mit einem bullischen Bias, der ist nach oben ausgebrochen. Wenn jetzt Gold auch noch weiter nachzieht, heute zwar auch wieder schwach, aber dann könnte sich hier durchaus eine weitere US-Dollar-Schwäche anschließen, was ergo dann auch im Zuge der Granatisch-Dollar-Stärke weitere Rücksetzer provozieren könnte. Und insofern darf nicht ausgeschlossen werden, dass der Luni hier sogar in den Bereich 1,34, 50, 1,35 zurücksetzt. Da wären wir dann auch hier unter dem 61er Fibonacci Retracement. Da würde es dann spannend werden. Aber im Sinne der Saisonalität aufpassen, wenn wir über das Hoch vom Freitag gehen, 1,39, 19, könnte es spannend auf der Oberseite werden. Dazu auch hier der Stundenchart, der sich hier sehr schön darstellt in Form eines Abwärtstrendkanals. Wir haben hier auf der Oberseite im Bereich 1,39, 10, 1,39, 15 und da ist eben hier das Level 1,39, 19 insbesondere interessant. Den Widerstandsbereich. Summen wir uns direkt mal rein. Also hier haben wir noch diverse Unterstützung. Das wäre jetzt auch hier bei 1,38, 10 unverändert. Dieses Niveau, welches hier auf Stundenbasis bereits interessant werden könnte. Und wenn wir hier auch auf Stundenbasis mal mit den Fibos arbeiten, ich zoome mich mal in den Chart ein Stück weit rein. Da wird deutlich so bis zum letzten Low, dass wir da auch das 38 auf Fibonacci Level haben. Also Rückläufer hier, wenn es denn hier Umkehrkerzen gibt, eine Stabilisierung, kann man hier durchaus darauf spekulieren, dass es nochmal eine Attacke auf die obere Abwärtstrendlinie gibt. Und wenn eben der Lone hier ausbricht über 1,39, 19, dann wäre hier auf jeden Fall Luft bis 1,40, 1,40, 50, 1,41 und das könnte dann auch weitere Gewinne nach sich ziehen. Insbesondere hier nochmal die Saisonalität. Wie gesagt, wenn er hier nach oben rausgeht, haben wir technisch und auch saisonal ein Stück weit positiven Bias, der allerdings meines Erachtens erst wirksam wird, wenn eben hier die 1,39, 19 rausgenommen wird. Unterhalb dessen könnten Einstiege hier natürlich auch schon preisgünstiger erfolgen, aber immer vor dem Risiko, dass wir uns innerhalb dieses Abwärtstrendkanals weiter gen Süden bewegen. Ansonsten, was gab es noch? Freitag, und da möchte ich Ihnen auch wieder die Wochenstatistik nicht vorenthalten, der Loni hier mit einer Glanzleistung. Schauen Sie sich das an. Wir haben hier am Freitag wieder einen positiven Tag hingelegt und das hat hier die Statistik wieder mal auf 76% positiver Schlusspreise am Freitag hoch geboostet. Der Freitag, also hier für den Loni unverändert, ein höchst, höchst bullischer Tag. Das kann ich immer nur wieder erwähnen. Das ist schon seit vielen, vielen Wochen so. Und während der letzten 52 Wochen eben ganz klar hier signifikant hervorzuheben. Hingegen die Wochenmitte, insbesondere Dienstag, Donnerstag eher schwächer. Mittwoch, ja, leicht positiv, aber eben Freitag und Montag heute, wobei in Frage Zeichen noch zu setzen. Aber hier Freitag und Montag generell Tage mit einem positiven Bias rein von der Wochentagsstatistik. Also, wir hätten es im Prinzip jetzt schon hier zusammen geschustert. Der Loni übergeordnet, also in einem korrektiven Muster auf Tagesbasis weiter in einem Abwärtstrendkanal gefangen. Könnte aber, wenn er über 1,3919 rausgeht, kurzfristig wieder bullischen Bias erfahren. Ansonsten muss man aufpassen, was passiert, wenn wir hier die neuen Lows rausnehmen. Insbesondere bei den Tiefs hier unterhalb vom Donnerstag. Hier nochmal zurück in den Tagesschart. Würde es natürlich kritisch werden. Dann hätte hier die Hammerkerze ein Stück weit eine Relativität erfahren. Und dann sollte es richtig tief nochmals in Richtung 1,3450, 1,35 gehen können. Das muss man auf der Pfanne haben. Insbesondere eben hier ein neues Verlaufstief dürfte den Bias hier weiter schwächen. Meines Erachtens wahrscheinlich sogar schon tief unter der Freitagskerze. Also, insofern aufgepasst, was die kommenden Tage noch bringen. Ich sage erstmal Danke fürs Einschalten. Ich wünsche Ihnen heute noch einen guten Start in die Handelswoche. Und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen wieder. In diesem Sinne, viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Ihr Christian Kimmerer. Und Tschüss. Ich wünsche Ihnen heute noch einen guten Start.